Herzlich Willkommen bei S21-BauTV. Heute die Betonage des dritten Abschnitts der Deckenplatte in BA21 und da sehen wir um 11.06 Uhr schon die ersten Flächen sind geschlossen. Zwei Pumpen, eine rechts direkt vorm Planetarium und die zweite auf den ersten beiden Abschnitten positioniert. In Bildmitte wird am Aufzugsunterbau geschaut, dass alles passt. Und diese Aussparung dazwischen ist sozusagen der Südausgang, rechts und links. Nehme ich mal an, wird es Treppen geben, deswegen passt es mit der Kante und dann haben wir hier noch den Rolltreppenunterbau. Das ist mittlerweile alles eingegossen. Und diese gekrümmte Schalung, die Hutze für die Seitenwand des Notausdrangs. Man sieht auch deutlich an der Holzleiste, das ist der Bereich für den vierten Abschnitt. Ja und dieser Notausgang soll dann hier rechts rauslaufen. Ist etwa auf der Höhe vom Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie. Ich nehme an, es wird einen Zugang geben, ich hoffe es. Ja und nach links wird es dann eine Rampe geben, sodass man im Fall des Falles der Vorplatz beim Planetarium dann rauskommt. Also zum Beispiel, wenn verraucht ist, hinter uns fährt die Feuerwehr vorbei. Da hoffe ich mal, dass sie es bald im Griff haben. Wegen den Markierungen haben wir einiges hin und her gerätselt. Also im rechten Abschnitt sind die weißen Markierungen direkt auf den Armierungsstäben. Ohne eine Möglichkeit der Vertiefung. Und hier drüben, bei weiß auch und bei blau ist aber der Armierungsstahl so auseinander geschoben, dass der Rüssel rein kann. Da kann ich dir auch direkt zeigen, wo er drin steckt. Gerade noch, mit dem Ton habt ihr gehört, der Mischer ist leer. Da drüben, für die rechte Pumpe kommt der nächste Mischer an und hier, ich gehe mal so hin, hier ist auch der Wechsel. Hoppla! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Fast Fast Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!